Jedes Mal, wenn wir heute Rotbüren in StumbleGuys, müssen wir 10 Mal das Glücksrad drehen. Bleibt bis zum Ende dran, Freunde. Wir müssten, ich sag euch nicht, wie oft wir gedreht haben, aber ich sag euch nur so, viele Skins, alle Skins, mehr sag ich nicht. Wir gehen rein in die Challenge. Let's go! 3, 2, 1, let's go, Leute. Okay, die erste Runde. Ich bin ja hier noch im Bett, weil ich kann nur hier gerade aufnehmen in Italien. Ich habe nur hier WLAN, also verzeiht es mir, dass wir gerade hier auf dem Bett sind. Anders geht es gerade nicht. Und merkt ihr das, wenn ich rede, dann geht mein Laptop einfach mit dem Bauch hoch. Also ich sag euch so, wie es ist, aber ist egal. Wir nehmen das in Kauf. Und heute dürfen wir auf jeden Fall kein Rotbüren, wenn dann müssen wir auf jeden Fall mindestens 10 Mal das Glücksrad drehen. Das heißt also, wenn wir einmal Rotbüren, müssen wir 10 Mal drehen, beim zweiten Mal 20 und so weiter und so fort. Also das kann eine richtig teure Angelegenheit werden. Und wir werden mal gucken, ob wir auf jeden Fall hier gewinnen, weil das ist einer meiner letzten Spiele in Italien. Ab geht's in die zweite Runde. Oh, wir haben nochmal Glück gehabt. Eisi Heiz hier mit dem Alien am Stüssel. Natürlich. Alter, zum Glück, also ich bin mal ehrlich. Manchmal, entweder bin ich farbenblind oder manchmal checke ich das Ganze nicht, weil das müsste ja jetzt eigentlich rosa sein, diese Bounce Pads. Oh, aber bei der Kanone ist rot. Gibt euch mal, die Kanone ist rot. Das hier ist auch noch rosa hier, Leute. Okay, okay, das sieht auch noch sehr, sehr gut aus. Und ich glaube, ey, ich sag euch ehrlich, ich Eisi Heiz haben wir mittlerweile echt richtig gut drauf hier. Und Flick Flack. Oh mein Gott, einfach gerade Schädelbasisbruch erlitten hier. Aber wir sind, Leute, wir sind schon im Finale. Wie schnell ging das gerade, bitte? Also darf keine Map mit Rot kommen, weil ansonsten könnten wir heute pleite werden. Wir werden mal schauen gleich, was wir im Finale kriegen werden. Wir müssen es auf jeden Fall holen. Oh, Jungle Roll. 3, 2, 1 und go. Leute, mit dem Alien hier. Mit dem Alien Gustav. Aha. Das einzige Rote hier sind nämlich bei den Rollen da vorne die Absperrungen, diese Teile. Ihr wisst ja, was ich meine. Also das könnten wir... Oh, fast haben wir es berührt. Das da, warte, warte, warte. Und? Ich meine, wir haben es nicht berührt. Ich meine nicht. Also, ich glaube, wir haben nicht berührt. Hier müssen wir jetzt auch nochmal aufpassen. Und wir haben es wieder nicht berührt. Leute, ich sage euch, wie es ist. Wir dürfen einfach keine Map kriegen, wo wir rote Sachen haben. Und ich glaube, das sieht doch gut aus. Ich glaube, wir haben das erste Finale gewonnen. Wir jetzt auch nichts Rotes berühren. Okay, okay, okay. Die erste Runde lief krass. Wir gehen direkt weiter in die nächste Runde und gucken, wo wir kein Rot berühren. Nächste Runde geht los. 3, 2, 1 und go. Diesmal haben wir den Ninjas genausgewählt. Und wir sind hier bei Painsplash. Auch eine meiner Lieblingsmaps, Leute. Bro. Ich sage euch, im Bett zu spielen ist anders. Ihr seid nicht so konzentriert. Ihr seid nicht so... Weiß nicht. Was machen die denn alle? Warum warten die denn? Hä? Hallo? Lauf doch mal. Auf was wartet ihr? Auf Weihnachten oder was? So, ich glaube, bei Painsplash... Junge, was ist los mit mir? Bei Painsplash darf es eigentlich nichts Rotes geben. Ich spiele gerade, als ob ich das erste Mal Stumbleguy spielen würde. Was ist denn hier rot bei Painsplash? Ich glaube gar... Ey, Leute, wir haben geisteskrank Glück. Kann es sein, dass wir mit 0 Euro heute rausgehen? Also, wenn wir mit 0 Euro rausgehen... Das wäre extrem krank. Weil wir werden drei Runden spielen, insgesamt. Drei volle Runden. Und wir haben noch keinmal rot berührt. Leute, ich glaube, das wird eine unglaublich gute Episode. Ab geht's in die zweite Runde direkt mal. Zweite Runde ist am Stischl und wir haben Flohflip. Ähm... Nein. Ich glaube, hier muss ich zahlen. Hier muss ich zehnmal das Glücksrad drehen, oder? Nein! Leute, die Würfel hier sind rot. Wie oft berühre ich jetzt rot? Warte, ich darf auf den? Einmal rot berührt. Zweimal rot, dreimal. Dreimal habe ich rot berührt, Bro. 30 Mal muss ich das Glücksrad drehen. Wollt ihr mich verkackeiern? 30 Mal! Ich muss jetzt schon 30 Mal das Glücksrad drehen? Ähm... Leute... Weil das Video heißt ja so oft, wie wir berühren. 30 Mal Glücksrad drehen. Okay, das ist schon teuer. Oh mein Gott. Bitte nichts im Finale. Bitte nichts Rotes im Finale. 30 Mal Glücksrad drehen. Leute, ist euch das bewusst? Finale kommt jetzt. Lava Rush. Okay, hier ist glaube ich nichts Rot. Hier ist Orange. Aber es zählt. Es ist gelb-Orange, würde ich sagen. Nichts Rotes. Okay. Let's go, Freunde. Ey, bei der letzten Runde. Und Leute, wichtig. Wenn wir berühren. Das heißt, wenn wir drauf springen ist einmal. Wenn wir nochmal drauf springen auf Rotes einmal. Also bis jetzt schon mal 30 Mal das Glücksrad drehen. Oh, jetzt müssen wir hier auf jeden Fall einen Wind holen. Komm schon, bitte. Das muss auf jeden Fall hier schon gut laufen. Digga, ich sage euch ehrlich. Lava Rush. So lang... Oh, okay. Wir spawnen hier. So langsam sind wir richtig gut bei Lava Rush. Wir könnten hier den nächsten epischen Sieg einfahren. Und danach gibt es die letzte Runde hier. Und bei der letzten Runde darf nichts Rotes kommen. Ey, Leute. Wir können wirklich pleite werden. Ist euch das bewusst? Okay, okay. Ich glaube, das ist der Win. Und das ist der Win. Zweite Runde Win. 30 Mal Glücksrad. Wir gehen rein in die dritte und letzte Runde. Die kann uns wirklich das Genick brechen. Und somit pleite machen. Wir gehen rein in die dritte und letzte Runde. Die dritte und letzte Runde. Drei, zwei, eins. Go, Leute. Also, wir haben hier jetzt keinen Kleint. Hier dürfte... Ist hier was Rotes? Ich meine nicht. Hier dürfte nichts Rotes sein. Nur rosa, lila, blau. Und gelb. Würde ich jetzt mal sagen. Rosa, lila, blau, gelb. Ja, okay. Hier haben wir noch Glück gehabt, Leute. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee war, das Video zu machen. Oh Mann, ey. Okay, okay. Wir sind schon mal ganz... Bro, wir wären Erster gewesen. Ganz einfach durch. Also, was uns im Finale komplett auseinandernehmen könnte, wäre Bombardement. Honeyjob, weil die Felder werden rot, wenn wir drauf gehen. Bombardement. Honeyjob. Aber erstmal kommt hier die zweite Runde. Drei, zwei, eins. Go, Blockdash. Oh, okay. Nee, das ist... Ist das rosa oder rot? Ah, Leute, ich weiß nicht. Ich würde sagen, das ist... Boah, ich... Ist das rot? Okay, das ist rot. Komm, wir zählen es als rot. Einmal. Nochmal. 40 Mal Glücksrad drehen. Bro, ich habe Blockdash ganz vergessen. Blockdash. 40 Mal Glücksrad schon mal drehen. Wir haben nochmal rot erwischt. 40 Mal Glücksrad drehen bis jetzt. Viermal haben wir bis jetzt rot berührt. Bombardement. Honeyjob. Was könnte noch ein Problem sein? Ich überlege gerade. Auf jeden Fall nichts mit rot. Die zwei Maps fallen mir jetzt ein. Ähm. Okay. 40 Mal bis jetzt. Keine roten Blücke mehr. Bitte. Stumble Guys. Okay, nur noch einer muss rausfliegen. Dann sind wir im Finale, Leute. Vielleicht haben wir Glück. Junge, das Game gönnt uns gerade übelst. Wir kriegen keine roten Blücke. Junge, was boxt ihr mich? Ich bin in Italien, Junge. Ich kann ja andere Leute rufen und 50 Mal. 60. 70. Nein, nein. 80. Bro. Äh. Ist es gerade real? Ich muss 80 Mal das Glücksrad drehen. Na. Oh mein Gott. 80 Mal. Leute, wir sind ja im Finale. Bombardement. 80. Und wir sind drauf. 90. So. 90 Mal müssen wir jetzt das Glücksrad schon mal drehen. Also wenn wir aufs Gleiche drauf gehen, zählt das Ganze nicht. Wir müssen auf eine andere Kiste gehen. Ja. 100 Mal. Wir gehen mal auf jede Kiste drauf. Wir werden eh auf jede Kiste drauf gehen. 100 Mal müssen wir schon mal drehen. 100 Mal Glücksrad. Also wenn wir auf die gleiche Kiste drauf gehen, zählt es nicht, Leute. Hier bei Rot 100 Mal. Ich glaube, ich gehe jetzt auf jede Kiste drauf. Aber wir müssen eh auf jede Kiste gleich drauf gehen, wenn wir gewinnen wollen. Auf der waren wir, glaube ich, schon. 100 Mal Glücksrad drehen. Wir werden das machen. Real Talk. Wir werden das machen. Ich werde das zusammenschneiden, Leute. 100 Mal Glücksrad drehen. Keine Verarsche. Wir werden 100 Mal das Glücksrad drehen. 110 Mal. Hier waren wir noch nicht. 120 Mal. Okay. Ich glaube, in der Mitte waren wir jetzt alle. 120 Mal Glücksrad drehen bis jetzt. Bro. Ja, was soll ich machen? Ich muss da irgendwann mal drauf. Ich muss da drauf. Deswegen guck. Mitte habe ich jetzt ausgeschlossen. 120 Mal. Das Einzige, wo wir jetzt noch zusätzliche Glücksräder drehen müssten, ist, wenn wir außen gehen würden. Da ist schon mal nichts mehr. 120 Mal. Digga, einfach. Ich glaube, das ist Rekord, Leute. 120 Mal Glücksrad. Ich hocke jetzt vier Stunden. Glaube ich. Oh mein Gott. Bro, das wird anders. Wenn wir jetzt noch gewinnen, wäre perfekt. Deswegen, ich will nicht auf. Ja, ich muss. Ich muss. Ich muss gleich. Junge, was boxt denn mich? Bro, hau mal rein, Alter. Was ist das für ein Finale? Ich muss. Ich muss. Ich muss. 130 Mal Glücksrad drehen. Ich dachte, ich nehme auf. Hab Glück und kriege nichts Rotes. Ich kriege 13 Mal rote Sachen. 130 Mal. Und jetzt erwischt uns auch noch die Bombe hier. 130 Mal. Also, ich würde es jetzt auch nicht schlimm finden. Wir werden wir verlieren gleich. Okay. Ich glaube, das ist es. 130. Ich glaube es nicht, Leute. 130. Wenigstens können wir noch das Finale gewinnen. Ey, wir bleiben jetzt einfach hier drauf. Wir bleiben einfach hier. Der, der jetzt rausfliegt, hat Glück. Beziehungsweise Unglück. Bitte, 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 bitte. Nur noch einer. Nur noch einer ist da. Nur noch einer. Nur noch ein einziger. Oh mein Gott. Das sieht richtig gut aus für uns, Leute. Das könnte der Win werden. Und wir fliegen sogar raus. Okay, wir gehen 130 Mal das Glücksrad drehen, Leute. Let's go. Also, wir haben 4.020 Juwelen. 5.475. Also, wir haben 5.477 Stumble Tokens. Und 4.020 Diamanten. So, wir drehen erst mal 10 Glücksräder von hier. Und ich werde nur die besten reinschneiden, Leute. Let's go, würde ich sagen. Also, es kommen nur die besten rein. Oder Sachen, die wir noch nicht zum Beispiel hatten. So, den haben wir natürlich schon gehabt. Deswegen brauche ich den nicht reinkatten. Außer jetzt halt. Okay. Oh, Wissart. Den haben wir noch nicht, habe ich gerade gesehen. Nice, Leute. Wir haben den Zauberer endlich bekommen. Den haben wir endlich in unserer Kollektion jetzt. Richtig geil. Oh, Feuermann-Esch. Der ist auch neu. Leute, wir können alle Skins einfach freischalten heute. Wirklich komplett alle. Guck mal, wir haben 2 Stück, die wir nicht als Duplikat haben. Krank. So, nochmal 10 Mal. Dann haben wir jetzt schon mal 20. Danach nur noch 110 Mal drehen. Und Private Pile. Wieder kein Duplikat. Das ist geisteskrank. Einen neuen haben wir. So, 30 Mal Glücksrad jetzt drehen. Also, hier haben wir Pech gehabt. Alles Duplikate. So, 40. Runde. Die 40. Runde ist das jetzt, Leute. Oh, mein Gott. Wir haben den Clown Bozo bekommen. Das ist der letzte Clown, der uns noch gefehlt hat. Haben wir den auch? Oh, ich dachte gerade wieder. Den Clown endlich. Gebt euch mal, Leute. Den Clown haben wir endlich bekommen. So, die 50. Runde geht jetzt an den Start. Wir werden natürlich auch noch das epische Glücksrad benutzen. Vielleicht kriegen wir nochmal einen Spezial-Skin. Aber erstmal will ich die hier machen. Das ist die 50. Runde jetzt. Oh, Stumble Lee ist auch neu. Oh, oh, oh. Jawohl, Alter. Ey, wir kriegen ja alle Skits. Ich kann es gerade nicht glauben. Ich habe es gerade nicht gesehen, Leute. Wir haben noch den nächsten Piloten freigeschaltet. Zwei Stück, die wir doch nicht hatten. Die 60. Runde geht an den Start. 60 Stück. 60 Mal schon gedreht jetzt nachdem. Also, hier haben wir leider alles Duplikate gezogen. Dann würde ich jetzt mal sagen, 70. Glücksrad machen wir seltene Skins. So, Leute. Nochmal kurz ein paar Tokens hier gekauft. Beziehungsweise Juwelen. So, jetzt geht es rund 70. Ja, 70. 70. Oh, den Pink Alien. Dass der uns noch fehlt. Habe ich gar nicht gecheckt, ey. Also, hier haben wir den Alien immerhin bekommen. Jetzt würde ich sagen, machen wir mal eine epische Spezial-Runde. Leute, das ist das 80. Mal, dass wir jetzt das Glücksrad hier drehen. Kein Spezial-Skin. Gar nichts haben wir hier bekommen. So, Leute. Das 90. Mal. Gönnen uns bitte, was wir noch nicht haben. Oh, oh, oh. Nurse Annie. Die Krankenschwester. Hier haben wir die Annie bekommen, Leute. So, jetzt das 100. Mal. Wir sind bei 100 jetzt angekommen. Also, hier haben wir rein gar nichts bekommen, leider. Jetzt kommen wir zu dem 110. Mal Glücksrad drehen. Und ich glaube, den haben wir auch nicht. Linebacker-Football-Skin. Hier haben wir wenigstens den grünen Football-Skin bekommen. So, jetzt sind wir bei 120, Leute. Das vorletzte Mal drehen. Das 120. Mal. Hier leider auch gar nichts, Leute. Und jetzt kommen wir zum 130. Mal Glücksrad drehen. Das müsste es jetzt gewesen sein. Wir gucken jetzt mal kurz in unser Inventar und schauen mal, wie viele Skins uns noch fehlen. Weil wir haben jetzt schon 130 Mal gespinnt und haben, glaube ich, 5 oder 6 Skins dazu bekommen. Hier haben wir nichts bekommen, die wir noch nicht hatten. Wir gehen mal in unseren Account rein und schauen mal jetzt einfach, Leute. So, die haben wir alle. Wir gehen ganz nach unten. Und uns fehlen noch... Oh, okay. Die fehlen uns noch hier. Richtig viele grüne Skins. Aber nun gut. Junge, wir haben fast alle Skins. 14 Skins. Dann haben wir alle, Freunde. Das war es auf jeden Fall mit dem Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt gerne eine Challenge in die Kommentare. Ich bin raus. Heute rein. Bis dann. Und ciao, ciao.